Nein, keine... Wieser Knosp? Nee. Okay. Didin! Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo du Zerschneider eingesetzt hast und plötzlich warst ein Mogelbaum. Ach stimmt, das Ding will ja nicht... Ich drücke nach oben. Ich kann von Flucht aus nicht direkt nach oben drücken. Okay, dann gibt es Sinn. Das ist aber jetzt ein Mogelbaum. Wow, das wäre echt viel gebracht. Ich bin nur diesen Kampf aus dem Weg gegangen. Dann mit. Aber... Nö, ja. Ja. Hm, Monogatar. Hm, Track gesehen. Yo. Nein, ich muss eine Zugabe machen. Goddammit. Ich muss schon wieder eine Zugabe geben. Jupp jupp. Also nicht ich, sondern Michi, ne. Aber ich weiß, wie ich mein. Möchtest du ein Manafi sein? Wow. Yo. Ich... Ich hab dir einen Film gemacht. Ja? Hm. Okay. Kannst Stahlklau, Schnabel. Hm, ich hab dich Flammenkörper erzeugt. Haha. Wacht nichts. So, Manafi. Pflanzen, Wasser. Okay, ist nicht schlecht. Wie nennen wir dich? Es gibt so wenig, dass ihr mich nennt. Müsst ja Tentaklos, machen wir mal. Warum nicht? Bitte, Toni, sei gut, bitte sei gut, bitte sei gut, bitte sei gut. Mäßig... Okay, da irgendwie. Eishout. Interessant. Deine Angriffswerte sind wieder scheiße. Weißt du, deine Verteidigungswerte können ruhig scheiße sein, wenn du dafür einen 80er Angriff hast. Unheilböen. War das nicht so eine voll komische Attacke? Nee, Toni, das sagst du schon wieder. Danke. Also, ist es nicht, dass du schlecht bist, nur du bist halt nicht gut. Schock werde gefunden, cool. Das merke ich mir. Du möchtest ein Weberack sein. Weberack? Nee. Echt, diese Jogger wollen nie kämpfen, ne? Krass. Ganz sicher kein Weberack? Jo. Hyperheiler, cool. Tididin. Holy shit, viele Pokémon. Groll. Groll. Nee, danke. Michi, du sollst nicht hier oben rollen. Hast du dich rollen? Was? Du rollst. Du wolltest grad Groll ernähren. Wieso? Als du Roy gesagt hast, hab ich mich grad so gewundert. Hä, wieso steht der Michi schief? Oh. Oh. Danke. Okay. Oh. So. tolles schlade team galaxis basis sternstück bekommt man hier nicht den meister bei genau ich würde sagen machen wir das nächste mal mit ich weiter weil ich bin fertig ich fertig da kann ich ja animes gucken freut sich der tentakel boy mit animes in klammern hentai ja er hat sich leider schon was leider preisgegeben tut mir leid ich spreche dann überhaupt nicht lang oder kann ich das mal vorspulen oder kann ich echt lustig aber die mit den tentakel sind halt die besten es gibt gewichte die nach evangelien eben wichtig ich habe jedoch gerade von 200 online legends erzählt auf einmal sehe ich hier vor 15 minuten kommt wie mmo station vorbei mit dem video